. 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 Ah, Sie sind das. Ich habe schon viele von Ihnen gehört. Sie kennen sich. Es muss ein ganz spezieller Mann sein, wenn man Isabelle glauben darf. Schön, dass ich Sie noch kennen will. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herr Böhm. Herr Hubacher steht Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Es ist mir eine grosse Ehre, Sie dürfen betreuen, Herr Böhm. Selbstverständlich bin ich natürlich auch rund um die Tour für Sie da, falls Sie einen speziellen Wunsch haben. Einen speziellen Wunsch? Ja. Sie haben gemeint, dass es ein Hotel sei und nicht ein Buff. Das war ein Witz. So ein Witz. Köstlich, einfach köstlich. Ist der Humor nicht völlig köstlich?